Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema Pinsel und ich möchte in diesem Film mal ein praktisches Beispiel zeigen und wir werden nochmal richtig kreativ, wir werden eine 3D Kugel nur mit Pinselspitzen erstellen und diese anschließend noch in ein Bild einbauen, in dem wir mit einer Maske arbeiten und uns einen ganz speziellen Pinsel raussuchen, wie wir das realistisch zusammenfügen können. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, bevor wir jetzt lange rumreden, werden wir jetzt direkt mal mit dem Video starten, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen darüber und wir legen nach dem Intro direkt los, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema Pinsel Und nachdem wir nun viel Theorie im ersten Teil gemacht haben und zwar indem wir hier die obere waagerechte Leiste kennengelernt haben und nachdem wir hier auf die Tastaturbefehle eingegangen sind und auf die entsprechenden Voreinstellungen im Bereich Zeigerdarstellung, wollen wir jetzt mal so ein bisschen mehr ins Praktische übergehen. Ich möchte euch gerne in diesem Video mal ein praktisches Beispiel mal zeigen, wie man wirklich kreativ mit so einem Pinsel arbeiten kann, so mit Schatten und mit Lichtern und so weiter und so fort. Da werden wir heute mal so eine 3D Kugel erstellen, nur mit Pinseln und ich möchte euch auch mal hier eben entsprechend mal verschiedene Pinselspitzen zeigen und die Pinseleinstellungen entsprechend dazu. Ja und genau und so fangen wir jetzt einfach mal an und auch möchte ich mal gleich in einer Maske arbeiten mit einem Pinsel, das kombinieren wir jetzt gleich mal mit einem praktischen Beispiel. Aber jetzt gehen wir erst auf die Pinseleinstellungen ein. Gut, wir haben hier die Pinselpalette und die Pinseleinstellungenpalette, die finden wir natürlich auch hier. Hier finden wir die Pinsel, die es alle so gibt. Wir können auch noch weitere Pinsel laden, uns weitere Pinsel selber erstellen. Das wird der dritte Teil zum Thema Pinsel. Das schon mal vorab. Ja, wie kann ich Pinsel laden, wo kriege ich noch weitere Pinsel her und wie kann ich mir noch eine eigene Pinselspitze erstellen. Ja, also das im dritten Teil zum Thema Pinsel. Gut, aber jetzt sind wir erst mal im zweiten Teil und da möchte ich euch jetzt erst mal diese beiden Paletten nochmal hier erklären, die wir auch hier finden. Ja, also hier sind die Pinsel unten drunter noch und hier, wenn wir hier drauf klicken, sind wir bei den Pinsel Einstellungen. Und hier haben wir auch wieder die Pinsel entsprechend. Okay, das klappen wir mal wieder zu und jetzt können wir uns hier die Pinsel aufklappen und hier haben wir jetzt jede Menge verschiedene Pinsel. Wir haben ja bis jetzt nur mit dem runden, einfachen Pinsel gearbeitet, die wir eben hier unter Allgemeine Pinsel finden. Ja, da finden wir verschiedenste runde Pinsel, die eben entsprechend schon bestimmte Vorgaben haben, hier in der Härte und ja, in der Größe und so weiter sind die hier schon fest eingespeichert. Die kann man sich auch hier auswählen. Das sind die letzten benutzten Pinsel und wir finden hier, wie gesagt, noch jede Menge weitere Pinsel. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach mal so zwei Pinsel mal zeigen, die wir jetzt hier finden, die ich teilweise auch schon dazugeladen habe oder eben entsprechend runtergeladen habe oder auch Pinsel, die ich mir schon mal selber erstellt habe. Und ich möchte hier aus diesem Bereich mal zwei verschiedene Pinselspitzen nochmal so zeigen und da kann ich ja schon mal vorgreifen. Wir haben hier oben nochmal so ein kleines Menü, da können wir draufklicken und da können wir zum Beispiel auch weitere Pinsel abrufen, Pinsel importieren und so weiter und so fort. Aber da, wie gesagt, kommen wir auch nochmal im dritten Teil zu. Ja, aber schon mal vorab gezeigt, wir haben hier eben nochmal ein entsprechendes Menü. Okay, und zwar möchte ich euch jetzt einfach nur mal am Beispiel dieser Pinselspitze hier, gemaserte Feder 2 unter den frühere Pinsel. Die klicke ich jetzt mal an und ja, so sind eben hier noch unendlich viele verschiedene Pinselspitzen, die ich eben entsprechend auch schon mal selber hier zugeladen habe oder auch selber erstellt habe. Und die habe ich jetzt ausgewählt und wenn wir jetzt mal hier auf die Pinsel Einstellungen gehen, dann sehen wir jetzt hier eine aktuelle Vorschau, wie diese Pinselspitze jetzt aussehen würde. Und wenn wir da jetzt mal so malen würden, wie sie jetzt eben einfach ist, wenn man die einfach anklickt, dann würde das so aussehen. Ich vergröße die Pinselspitze mal und würde jetzt mal damit malen und dann würden wir sehen, okay, das sieht jetzt erstmal noch nicht so interessant aus. Ja, aber da kann man natürlich jetzt noch verschiedene Veränderungen durchführen und das ist eben das Spannende hier in dieser Palette Pinsel Einstellungen. Und wir haben hier eine Vorschau, da kann man schon mal sehen, was hier so passiert. Und wir können hier auch die Pinsel grün schon verstellen, dann würde sich das hier eben entsprechend schon vergrößern oder verkleinern, sieht man dann jetzt hier. Und wir können hier auch den Winkel des Pinsels verändern, auch dazu werden wir gleich im praktischen Beispiel was erfahren und beziehungsweise in der Rundheit. Und der Winkel, den würde man hier verstellen, könnte man hier den Winkel verstellen, dann sieht man schon unten in der Vorschau, was da passiert. Da ändert sich hier, wie gesagt, der Winkel des Pinsels und hier eben entsprechend die Rundheit. Wenn ich das hier hin und her schiebe, dann ändert sich hier auch eben entsprechend die Rundheit. Die lassen wir aber jetzt mal auf 100%. Und ich möchte jetzt mal hier auf ein paar dieser Einstellungen eingehen, wenn wir hier auf Pinselform sind. Also wenn das hier aktiviert ist, also entweder bin ich jetzt hier drauf, dann ist das jetzt hier aktiviert oder ich spreche in Pinselform. Dann haben wir hier eben diese Verstellmöglichkeiten. Hier können wir auch den Abstand noch verändern. Das heißt, wenn ich jetzt den Abstand vergrößere, dann vergrößert sich, wie gesagt, der Abstand dieser Pinselspitzen. Wenn ich jetzt mal hier male, ich mache das mal jetzt so, dann sieht man, dass wenn ich jetzt immer durchgehend zeichne, dass die Pinselspitze eben entsprechend Abstände hat. Ja, da habe ich ja schon mal, da sollte ich vielleicht nochmal ganz kurz vorher drauf eingehen, bevor wir weitermachen. Ich will mir jetzt hier einfach mal so eine ganz normale weiche Spitze aus, ohne jegliche Voreinstellungen. Und wenn ich jetzt mal hier mit einem normalen Abstand oder mit einem geringen Abstand hier arbeite, dann sehen wir, ich gehe mal auf eine größere Pinselspitze, dann sehen wir, dass wir hier einen durchgehenden Strich haben. So würde ich jetzt aber unter den Pinseleinstellungen den Abstand vergrößern, dann sehen wir schon, was hier in der Vorschau passiert. Ich werde auch mal die Härte ein bisschen verändern, damit man es besser sehen kann. Und dann sehen wir schon, wenn wir jetzt malen, ich mache das mal zu, dass die Punkte weiter auseinander sind oder dieser Pinselstrich. Da muss man jetzt wissen, dass ein Pinselstrich, ein durchgehender Pinselstrich im Endeffekt aus ganz vielen einzelnen Pinselpunkten besteht. Ja, also eine runde Pinselspitze, wenn man den Abstand vergrößert, sieht man dann nur noch einzelne Punkte. Und so ist eigentlich ein Pinselstrich strukturiert, indem einfach nur diese einzelnen Punkte, je geringer ich den Abstand wähle, desto näher kommen die Punkte zusammen und dadurch entsteht irgendwann eben ein durchgehender Strich. Ja, ich gehe jetzt mal mit dem Abstand weiter zusammen und jetzt schauen wir mal, wie der Pinselstrich dann aussieht, wenn ich den zeichne. Dann sieht der schon mehr aus wie ein durchgehender Strich und so weiter und so fort. Und je näher ich jetzt hier den Abstand nehme, irgendwann haben wir hier einen durchgehenden Strich. Ja, viele Pinselspitzen haben hier so einen Standardwert von irgendwo 20, 25 Prozent eingestellt. Ja, das kann man aber variieren, wie man möchte. Wenn man jetzt auf 0 geht, dann wird der Arbeitsspeicher des Computers schon ein bisschen belastet. Deswegen ist das im Endeffekt immer so etwas so auf irgendwo 10, 15, 20 Prozent gestellt. Dadurch wird der Arbeitsspeicher des Computers etwas entlastet beim Zeichen. Ja, okay, wir nehmen wieder hier unsere gemaserte Pinselspitze, gemaserte Feder 2 und auf die Pinseleinstellungen haben wir ja schon hier gerade gesagt, hier den Abstand, den möchte ich ein bisschen vergrößern. Die Größe verändere ich auch nochmal ein bisschen größer, damit wir es hier in der Vorschau erstmal besser sehen können, was hier passiert. Und dann gehe ich jetzt hier auf die Formeigenschaften und jetzt kann man eben verschiedene Jitter einstellen. Jitter sind Zufallswerte, die man hinzuschalten kann. Angenommen, ich möchte jetzt nicht, dass jede einzelne Pinselspitze, die wir jetzt hier haben, also jede einzelne Feder, die wir sozusagen auftragen, alle eine Größe haben, kann ich jetzt hier sozusagen einen Zufallswert eingeben. Und die Pinselspitzen werden verschiedene Pinselgrößen bekommen. Genauso könnte ich hier den Winkeljitter einstellen. Das heißt, jeder Pinsel bekommt einen anderen Winkel und das mit Zufallswerten. Das heißt, wenn ich das jetzt hier verdrehe, sehen wir schon, aha, okay, da ändert sich jetzt hier für jede Pinselspitze irgendwie durch Zufallswerte eben entsprechende Winkel. Und wenn wir jetzt hier noch eben auf Streuung gehen, dann können wir die Anzahl der Pinselspitzen noch erhöhen. Das machen wir jetzt hier mal, dann passiert das hier, dann sieht das schon sehr flauschig irgendwie aus. Und Anzahl Jitter kann man auch noch verändern. Das heißt, dann sind mal mehr und mal weniger bei einem Pinselstrich. Und ja, so können wir das hier eben entsprechend alles verschieden einstellen. Und wenn wir jetzt hier mal allein mit diesen Werten jetzt hier arbeiten und ich will mal eine größere Pinselspitze, dann sehen wir jetzt mal, was passiert. Dadurch bekommen wir jetzt hier so, ja, so einen Pinselstrich. Und das eignet sich zum Beispiel hervorragend für Freistellungen. Auch das gleich mal in einem praktischen Beispiel, ja, wie man mit diesem Pinsel zum Beispiel montieren kann in einem Bild oder freistellen könnte oder wie auch immer. Wir werden es jetzt mal nicht mit Freistellungen machen, sondern mit einer Montage, wo wir jetzt eben entsprechend was ins Bild einmontieren wollen. Da werden wir gleich sehen, da werden wir mit einer Maske mit diesem Pinsel arbeiten. Ja, also solche Pinselstriche eignen sich hervorragend, um in einer Maske zu arbeiten. Aber wie gesagt, das werde ich euch gleich zeigen. Okay, dann haben wir auch noch viele weitere Pinselspitzen natürlich, aber ich habe euch ja gesagt, ich will euch mal zwei zeigen. Was man auch noch hier findet, ist zum Beispiel hier Grasfeine Striche. Ja, ich meine, die hätte ich mir sogar zusätzlich geladen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich klicke jetzt mal hier drauf und dann gehen wir mal auf die Pinsel Einstellungen und schauen mal, was wir hier haben. Hier habe ich sogar schon verschiedene Einstellungen durchgeführt. Ich habe hier die Streuung angeklickt. Wir gehen mal hier drauf auf Formeigenschaft. Mal gucken, was ich hier eingestellt habe. Hier habe ich einen größeren Jitter eingestellt. Die Steuerung ist aus. Ich könnte das hier auch mit Zeichenstift Schrägstellung und Zeichenstift Druck machen. Ich lasse das jetzt mal auf aus. Winkeljitter. Wir sehen jetzt hier schon, was da unten in der Vorschau passiert. Da ändert sich der Winkel. Das würde ich jetzt mal nicht verstellen. Nur minimal. Und ja, da haben wir die Farbeinstellungen, Farbton, Jitter. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Farbeinstellungen. Wir lassen das jetzt mal so, wie das hier eingestellt ist. Und wenn ich jetzt hier mal male, ja, mal etwas größer, dann auch hier kann man zum Beispiel wunderbar Gras mit freistellen. Wenn wir zum Beispiel mal ja eine Gras, ein Grasübergang, sage ich mal, zum Himmel oder so freistellen wollen, dann kann man hier eben entsprechend in der Maske wunderbar mitarbeiten. Ja, also diese Pinsel Einstellungen sind wirklich sehr umfangreich. Hier kann man noch wesentlich mehr einstellen. Das sind wirklich so Dinge. Also hier ist ja auch die Glättung. Das haben wir ja schon im ersten Video gesagt. Die sollte immer angehakt sein, damit wir hier oben im Bereich Glättung überhaupt Einstellungen durchführen können. Und am meisten, am häufigsten, werden wir wohl Veränderungen hier in der Pinselform und in den Formeigenschaften und in der Streuung durchführen. Und vielleicht nochmal im Transfer. Auch hier kann man zum Beispiel einen Deckkraft-Jitter einstellen oder einen Fluss-Jitter. Ja, also immer da, wo Jitter steht. Das sind sozusagen Zufallswerte, damit wir nicht immer einen gleichmäßigen Pinselstrich bekommen, sondern wirklich zufällige Veränderungen eben entsprechend im Bereich Größe oder im Bereich Winkel. Ja, wenn wir hier, wie gesagt, den Winkel einstellen, sehen wir, dass sich diese Pinselspitze vom Winkel verändert und das eben immer rein zufällig. Genau, und ja, jetzt möchte ich euch mal tatsächlich in einem praktischen Beispiel zeigen, ja, was wir eigentlich für tolle Sachen machen können, nur alleine mit dem Pinsel. Und das kombiniert mal auch mit einer Maske. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich gehe jetzt mal hier zurück und werde mir jetzt erstmal eine ganz normale Standardspitze wieder nehmen, damit ich hier nicht so ein Gras vorne habe. Da gehe ich jetzt einfach mal hier auf die Standardspitze rund und hart. Ja, man sollte immer mal schauen, wenn ich jetzt hier so eine Pinselspitze nehme, was habe ich hier in den Pinsel-Einstellungen jetzt hier drin. Hier habe ich tatsächlich nur die Glättung angehakt. Das ist in Ordnung. So möchte ich das auch haben. Nicht, dass hier noch irgendwelche Jitter eingestellt sind. Dann würde ich die mal löschen. Oder wie mal weghaken hier. So möchte ich grundsätzlich erstmal meine Pinselspitze haben. Ja, und ich hatte ja schon anfangs gesagt, bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich es schon gesagt, ich möchte jetzt einfach mal so eine 3D-Kugel mit einem Pinsel malen und dazu den dazugehörigen Schatten. Und das Ganze möchte ich gleich mal in einem Bild einbauen, wo wir dann mal mit einer Maske arbeiten und da eben entsprechend auch einen Pinsel verwenden. Aber wir werden jetzt mal erstmal mit der Kugel anfangen. Ich habe jetzt hier eine leere Datei, also eine leere Ebene und die werde ich jetzt auch mal entsperren. Die brauchen wir jetzt nicht mit einem Schloss haben. Ich werde mir jetzt erstmal hier mit dem Ellipse-Werkzeug entsprechen mit gedrückter Shift-Taste ein Kreis. Wenn ich jetzt nicht die Shift-Taste drücken würde, dann würde ich nur eine ovale Ellipse erstmal aufziehen und so habe ich direkt eine gleichmäßige Runde, einen runden Kreis aufgezogen und den kann ich mir jetzt noch irgendwo hinlegen, wo ich möchte, indem ich jetzt hier eben entsprechend, solange ich in dem Werkzeug hier noch bin, kann ich das hin und her schieben, wie ich möchte. Ich schiebe das jetzt einfach mal irgendwo jetzt hier hin und dann nehme ich mir jetzt mal eine schöne Farbe. Dafür lege ich mir erstmal eine neue Ebene an und werde dann hier eben entsprechend diese Auswahl mit einer Farbe füllen. Ja, dann gehen wir mal hier auf Fläche füllen und wähle uns jetzt hier mal eine schöne Farbe aus. Nehmen wir einfach mal das, was wir jetzt schon ausgewählt haben, hier so ein Grün und sage OK, OK und hebe die Auswahl auf und jetzt haben wir uns erstmal hier so ein Kreis in Grün erstellt und daraus möchte ich jetzt gerne mal eine 3G-Kugel bauen und das wie gesagt nur mit Pinselstrichen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Licht kommt hier von oben links und ich möchte gerne, dass das Licht hier auf diese Kugel scheint. Die Kugel soll jetzt so, ja, nicht hochglänzend, aber glänzend sein und entsprechend hier einen Schatten haben und hier ein Lichtreflex. Ja, wie kriege ich das hin? Ich lege jetzt hier einfach eine neue Ebene an. Also wir kombinieren es wirklich mal Dinge, die wir jetzt mal in den verschiedensten Videos mal so gelernt haben und kombiniere das jetzt mal hier mit unserem Pinsel. Und ich wähle mir jetzt wieder den Pinsel aus und ich möchte jetzt gerne auf dieser Ebene, aber nur auf der Kugel hier, auch das haben wir ja schon im Bereich Ebenen gelernt, möchte ich jetzt einen Schatten einmalen und damit mir das nicht auch auf dem weißen Hintergrund passiert, werde ich jetzt hier eine Schnittmaske anlegen, indem ich jetzt auf die Alt-Taste drücke, dieses Zeichen hier bekomme, wenn ich hier zwischen den beiden Ebenen den Mauszeiger habe und jetzt mit der linken Maus das einmal da reinklicke und dann habe ich jetzt hier sozusagen eine Schnittmaske angelegt. Das heißt, das, was ich jetzt einmale auf dieser Ebene, wird sich nur auf dieser Kugel hin zeigen und nicht auf dem Hintergrund. Okay, dann werde ich meinen Pinsel auswählen, eine schöne große Pinselspitze wählen. Deckkraft werde ich jetzt mal hier so auf 20% setzen, werde dann die Härte auf 0%, also schön weich und mit einem schönen großen Pinsel mit 20% Deckkraft werde ich jetzt hier meinen Schatten einmalen, indem ich jetzt einmal geklickt habe, also einmal drauf, loslasse und jetzt eben entsprechend nochmal hier hinten den Schatten ein bisschen dunkler mache. Jetzt kann ich die Pinselspitze etwas kleiner machen und hier hinten noch ein wenig dunkler und schon habe ich jetzt hier hinten, ja, den Schatten eingebaut. Ich könnte jetzt theoretisch nochmal mit etwas geringerer Deckkraft, sagen wir mal zu 10%, nochmal hier so den Verlauf noch ein bisschen schöner machen. Und, naja, so richtig gefällt mir das nicht. Wir machen es nochmal neu, ich möchte den lieber so ein bisschen noch weich haben. Ich probiere es nochmal neu. Manchmal muss man einfach mehrmals probieren, so und, ja, so gefällt es mir schon besser, ja, weil das Licht soll ja von hier oben kommen, dementsprechend muss der Schatten ja hier weiter unten sein. Hier wird der Schatten auch noch so ein bisschen sein. Okay, gut, jetzt habe ich hier schon hinten meinen Schatten, schon sieht das so ein bisschen aus wie eine Kugel. Ich werde jetzt hier nochmal eine neue Ebene anlegen und auch hier eine Schnittmaske erstellen zu der Kugel, ja, indem ich das wieder mache mit gedrückter Shift-Taste und, äh, mit gedrückter Alt-Taste und dann eben entsprechend hier zwischen den beiden Ebenen klicke. Und jetzt werde ich mit einer, auch mit einer Pinselspitze, aber mit einer kleineren Pinselspitze, so ungefähr diese Größe, auch mit einer Deckkraft, ja, so von 10% und auch ganz weicher Pinselspitze werde ich jetzt mit weißer Farbe mir hier so einen kleinen Lichtpunkt reinsetzen. Und zwar auch hier mit verschiedenen Pinselspitzen. Ich fange jetzt erst mal mit einer großen Pinselspitze an und werde jetzt ein bisschen kleiner und noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen kleiner und die Rüttke ist noch ein paar Mal hier so rein und je heller dieser kleine Hotspot in der Mitte wird, desto glänzender wird diese Kugel wirken. Und jetzt gehe ich hier nochmal schön in die Mitte, nochmal und nochmal mit einer kleineren Pinselspitze. Und man muss das einfach mal ein bisschen probieren. Ich glaube, so sieht das schon toll aus. Und wir sehen jetzt, ja, wir könnten sogar nochmal ein bisschen größer gehen. So, und jetzt haben wir hier unser Glanzpunkt und hier unseren Schatten, der natürlich entsprechend auf dieser Seite sein muss, weil wir von hier das Licht haben. Ja, und so, ja, haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall eine 3D-Kugel. Das können wir uns ja auch mal von Weitem in klein anschauen und haben eine doch relativ realistische 3D-Kugel erreicht und das nur mit Pinseln, beziehungsweise, gut, die Kugel selber haben wir mit einer Auswahl und mit Füllen erreicht, aber den Schatten und den Lichtpunkt nicht mit Pinseln gemalt. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie ich jetzt hier zum Beispiel mit den Pinseln einen Schatten erstellen kann, der das so zeigen soll, als wenn die Kugel jetzt praktisch in der Luft schwebt. Und dafür gehe ich jetzt eben entsprechend hier auf die Hintergrundebene, drücke hier auf das Plus, dann habe ich jetzt hier eben eine leere Ebene angelegt, die unterhalb der Kugel ist, weil der Schatten muss natürlich unter der Kugel sein und werde jetzt mal zeigen, was wir nämlich jetzt mit dem Pinsel, mit den Einstellungen hier eben entsprechend machen können. Nämlich, wenn wir jetzt versuchen würden, hier einen Schatten zu malen, dann würden wir jetzt mit dieser Pinselspitze nicht großartig weiterkommen, das würde immer total unecht aussehen. Und da gibt es einen tollen Trick, indem wir jetzt hier auf die Pinseleinstellungen gehen und eben auf die Formeigenschaften und hier jetzt einfach mal die Rundheit des Pinsels mal verringern, sagen wir mal so auf 15 Prozent ungefähr, so 15, ach, jetzt habe ich aber hier einen Dattring, na, na, mal 14 Prozent. Wir sehen jetzt schon, wenn wir jetzt die Pinselspitze sehen, dann sieht die Pinselspitze so perspektivisch aus. Ja, also wir haben jetzt so eine perspektivische Pinselspitze, die jetzt hier zur Kugel jetzt passen würde, wenn wir uns vorstellen, dass jetzt hier der Boden ist. Und wenn wir uns jetzt einen schönen großen Pinsel nehmen und immer wenn es darum geht, einen Schatten zu generieren, sollten wir grundsätzlich eine Ebene, in der wir den Schatten einmalen wollen, in Multiplizieren setzen, also den Ebenen-Füllmodus Multiplizieren wählen. Der eignet sich ganz hervorragend dazu, um wirklich realistische Schatten einzumalen. Und zu diesem Füllmodus Multiplizieren benutzt man dann für einen realistischen Schatten hier unter Farbe nicht schwarz oder weiß oder sonst oder irgendein Grautum, sondern ich klicke jetzt mal hier ganz rechts in dem Farbfeld. Das ist auch vollkommen egal, in welchem Farbspektrum wir uns jetzt hier gerade befinden. Hauptsache, wir sind hier ganz rechts bei Grau. Und wir sehen schon hier, bei RGB müssen wir überall die Zahl 128 haben. Das ist praktisch der mittlere Grauwert, so wie es jetzt, jetzt haben wir wieder 130, ich habe heute echt einen Datring in den Finger, kann das natürlich auch händisch eingeben, da habe ich es erreicht. 128, 128 und 128, Rot, Grün, Blau. Ja, das muss alles in 128 sein und wir bestätigen OK. Jetzt haben wir diesen Grauwert hier eben entsprechend stehen und jetzt können wir hier mit einer schönen, weichen Kante und mit einer geringen, nee, hier können wir jetzt mit einer 100% Deckkraft arbeiten und mit einem schönen, großen Pinsel tippe ich jetzt einmal ins Bild hier, so dass ich die Kugel noch nicht berühre, sondern hier so leicht nach rechts versetzt, weil die Sonne oder das Licht kommt ja von links oben und dann müsste der Schatten entsprechend hier jetzt landen und wir schauen mal, wie es aussieht. Ich klicke jetzt hier einmal ins Bild und zack und schon sieht es aus, als wenn die Kugel über den Boden schwebt und ja, so leicht hat man mit einer Pinselspitze nur eben auf einer Ebene in einem anderen Filmmodus und mal auch gezeigt, hier eben in einem mittleren Grau hier einen realistischen Schatten eingefügt und ja, so sieht es aus, als wenn die Kugel eben schwebt. So, was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mal wollen, dass die Kugel auf dem Boden liegt? Das ist auch eine relativ einfache Sache. Wir nehmen das Verschieben-Werkzeug und verschieben jetzt den Schatten. Wir sind jetzt hier auf der Ebene, wo der Schatten sich befindet und da klicke ich jetzt rein und schiebe den Schatten jetzt einfach mal so unter die Kugel, ja, als wenn die Kugel jetzt tatsächlich auf dem Boden liegt und das ist aber dann noch nicht alles, da müssen wir jetzt tatsächlich noch einen Kernschatten einbauen, denn so eine Kugel, die auf dem Boden liegt, die muss einen Kernschatten haben, ja und das realisieren wir auch wieder einfach mit Pinselspitzen, indem ich jetzt eine Ebene nochmal über diese Ebene drüber lege und normalerweise müssten wir das natürlich jetzt auch alles mal benennen, das ist jetzt der Diffus-Schatten, das ist der Kernschatten, das ist die Kugel und so weiter und so fort, aber das erübrigen wir uns jetzt in diesem Beispiel mal, und hier werde ich jetzt mal den Kernschatten einfügen, dafür ist es wichtig, dass wir hier ganz normal im Normalmodus arbeiten und dass wir hier entsprechend ein Schwarz wählen und dann natürlich auf dem Pinsel sind, klar, den Pinsel müssen wir uns ausgewählt haben, wir lassen den aber in dieser Form, also diese Rundheit auf 15% und wie viel Prozent haben wir jetzt hier eingestellt gehabt, ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, wir haben die Rundheit auf 14% stehen und jetzt wähle ich allerdings eine geringere Deckkraft, weil wir ja jetzt mit richtig Schwarz arbeiten und im Füllmodus normal, so und dann nehme ich jetzt mal eine geringe Deckkraft, nehme mir einen kleineren Pinsel und fange erst mal klein an, wirklich gehe jetzt mal ein bisschen, er macht die Kugel ein bisschen größer, fange jetzt an, unter der Kugel erst mal hier einen schwarzen Punkt zu setzen und nochmal und nochmal, nochmal ein bisschen kleiner, nochmal ein bisschen und ja, eben entsprechend hier den Kernschatten einzumalen und schon sieht das aus, als wenn die Kugel wirklich auf dem Boden liegt, sieht aber immer noch nicht 100%ig realistisch aus, weil die Kugel selber muss ja natürlich auch hier unten einen Schatten haben und das werden wir jetzt auch noch realisieren, indem wir jetzt nochmal hier ganz oben auf unsere Ebenen gehen und nochmal eine weitere Ebene anlegen, auch wieder mit einer Schnittmaske und da gehen wir eben, ups, da habe ich die falsche Taste erwischt, eben auf die Alt-Taste und klicke hier wieder rein, somit wird sich jetzt mein Pinsel nur auf diese Kugel beziehen und wir wählen wieder die schwarze Farbe, wir arbeiten im normalen Ebenenfüllmodus und wieder mit einer geringen Deckkraft, also alles so wie es jetzt eingestellt ist, allerdings wird sich das jetzt nur auf die Kugel auswirken und nicht mehr auf den Boden. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal, wir machen die Pinselspitze kleiner und ich fange unten an, werde ein bisschen größer, ein bisschen größer, ein bisschen größer, wieder ein bisschen kleiner, so vom Gefühl her, dass da unten jetzt, ja, so ein Schatten entstanden ist und schon haben wir auch einen realistischen Kernschatten auf der Kugel und auch unter der Kugel und es sieht wirklich so aus, als wenn er jetzt wirklich eine echte Kugel einfach auf einem weißen Untergrund steht. Wir könnten uns natürlich jetzt hier noch so einen Horizont einmalen oder wie auch immer, wir könnten die Kugel natürlich auch auf einem richtigen Asphalt legen, aber das sollte jetzt einfach mal demonstrieren, wie toll wir mit einem Pinsel wirklich mit einfachsten Möglichkeiten so eine Kugel erstellen können. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie wir, ja, in einer Maske jetzt sozusagen auch wieder mit Pinseln diese Kugel in ein Bild einbauen könnten. Ja, ob ich jetzt diese Kugel dafür nehmen würde, das weiß ich nicht, glaube eher nicht, aber ich möchte es wenigstens mal demonstriert haben. Ja, das wird jetzt nicht so toll aussehen, so würde ich jetzt keine Arbeit abgeben, soll ja nur mal demonstrieren, ja, wie es funktioniert. Ich werde jetzt einfach mal alles, was ich jetzt hier gemacht habe, markieren, indem ich jetzt hier die oberste Ebene markiere, die Shift-Taste gedrückt halte und die unterste Ebene markiere. Die weiße, die lasse ich hier unten, die Hintergrundebene werde ich nicht mit markieren und werde jetzt entsprechend alles in eine Gruppe legen, sodass sich das jetzt alles zusammengeschlossen hat zu einer Gruppe und werde darauf jetzt eine Maske legen. Ja, mit der Maske kann ich ja entsprechend, ja, maskieren. Heißt also, ich könnte jetzt mit einem schwarzen Pinsel entsprechend die Kugel einfach wegmalen. Ich kann es ja mal zeigen, was jetzt passiert, wenn ich jetzt den schwarzen Pinsel nehme, so wie er jetzt ist, auf 100% Deckkraft. Ich würde jetzt mit einem schwarzen Pinsel in der Gruppe hier malen, dann würde ich ja, was ich hier jetzt mit viel Mühe gemacht habe, einfach wieder wegmalen, ja. Also das ist ja das Grundprinzip einer Maske, ja, dass wir was wegretuschieren, wegmalen können wieder. Okay, ich gehe aber wieder zurück. Ich möchte die Kugel natürlich jetzt nicht zerstören, sondern ich möchte euch ja jetzt mal ein kleines Beispiel zeigen, was wir mit der Maske machen können. Und zwar werde ich mir dieses Bild jetzt mal mit dem Verschieben-Werkzeug einfach mal in meine Kugel hier, in das Bild mit der Kugel mal reinziehen und hier loslassen und natürlich hinter, also unter die Gruppe legen, damit ich jetzt die Kugel da liegen habe, oben drauf und werde jetzt hier entsprechend mir die Kugel so hinlegen, wie ich mir das jetzt vorstelle. Jetzt liegt die Kugel riesengroß auf so einem Feld. Wir werden die jetzt mal transformieren. Jetzt lege ich erstmal die Ebene hier so an, dass das hier auch richtig reinpasst, so dass wir keinen weißen Rand hier mehr haben. Ja, wir machen jetzt mal ein kleines Composing, auch wenn es nachher nicht so toll aussehen wird. Ich wüsste jetzt nicht, warum die Kugel da liegen soll, aber kann man ja mal zeigen. Und jetzt werde ich hier mal auf die Gruppe gehen und bearbeiten und frei transformieren. Also jetzt steht hier ja Fahrt frei transformieren und werde jetzt entsprechend mal die Kugel ein bisschen kleiner ziehen, so dass sie nicht ganz so riesengroß ist. Ich werde die mal jetzt hier mitten ins Feld legen und bestätigen. Und jetzt möchte ich euch mal die gemaserte Feder 2 zeigen, die wir ja gerade schon mal erwähnt haben. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Und jetzt liegt die Kugel ja mehr oder weniger auf dem Feld. Das sieht ja natürlich jetzt besonders unrealistisch aus. Und jetzt gehen wir mal hier auf die Maske und dann gehen wir mal auf den Pinsel und wählen uns jetzt mal, erstmal werde ich mal hier die Rundheit wieder von dem Pinsel zurücksetzen, damit die nicht irgendwann wieder beim nächsten Bild zu eingestellt ist. Und wir werden jetzt mal auf die Pinsel gehen und auf die Vorspitzen hier unten und werden mir jetzt nochmal die gemaserte Feder 2 nehmen und werde euch mal demonstrieren, was man eben mit verschiedensten Pinselspitzen im Maskieren so erreichen kann. Und das zum Beispiel eben jetzt mit der gemaserten Feder 2. Und die werde ich jetzt mal auswählen. Und jetzt haben wir die ja hier unten. und ich gehe jetzt mal auf Pinsel Einstellungen und schaue nochmal. Hier haben wir jetzt gar keine Einstellungen vorgenommen. Das müssen wir jetzt natürlich machen. Ich werde jetzt erstmal hier vergrößern, damit ich besser sehe, was ich hier mache. Werde jetzt auf die Formeigenschaften gehen. Werde hier den Größenjatter ein bisschen nach oben setzen, damit wir nicht immer die gleiche Größe haben vom Pinsel. Werde den Winkeljitter eben entsprechend verändern. So, ungefähr in dieser Form. Damit jeder Pinselstrich einen anderen Winkel hat. Werde dann auf die Streuung gehen. Werde die Anzahl ein wenig erhöhen. Und dann entsprechend die Anzahljitter auch nochmal erhöhen, damit wir nicht immer den gleichen Abstand haben. Und die Streuung können wir auch noch so ein bisschen, da sehen wir, dass die Pinselspitze so auseinandergezogen wird. Das sollte man nicht übertreiben, weil sonst haben wir kein gutes Ergebnis mehr. Nur so ein bisschen würde es schon vertragen. So, das ist dann eben die Streuung. Und mit den Pinsel-Einstellungen werden wir jetzt mal schauen, wie weit wir kommen. Ich klappe das jetzt hier mal zu. Und jetzt werde ich auf der Maske mit 100% Deckkraft das so hinbekommen, dass jetzt die Kugel gleich aussieht, als wenn die in einem Feld liegt. Und dadurch, dass wir diese gemaserte Feder 2 genommen haben, die hat so ein bisschen so eine Struktur wie dieses Korn hier. Ja, also die sieht so ein bisschen auch wie dieses Korn. Und wenn ich jetzt hier auf dieser Maske eben entsprechend male, dann werden wir sehen, dass wir das Korn mehr oder weniger, ja, ich muss natürlich jetzt hier unten auch noch ein bisschen drüber malen, weil wir ja hier den Schatten haben. Und der würde ja jetzt hier so nicht sein. Und jetzt kann ich hier im Endeffekt das Korn wieder so rausholen, als wenn die Kugel da drin liegt. Ich muss jetzt hier ein bisschen kleiner werden, sonst wären diese Spitzen von dem Korn zu groß. Und kann jetzt einfach hier fleißig drüber malen und schauen, dass diese Kugel hier in dem Korn verschwindet. Ja, können wir so tief reinsetzen, wie wir im Endeffekt möchten. Ja, schauen wir uns das jetzt mal von Weitem an. Ja, und es sieht aus, als wenn die Kugel wirklich hier in dem Feld verschwunden ist. Theoretisch könnte ich sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen höher gehen. Und dadurch, dass die gemaserte Feder 2 eben diese Form hat, sieht das wirklich aus, als wenn das Korn wirklich vorhanden ist. Und nicht so eine, wenn ich jetzt einfach nur eine runde Pinselspitze nehmen würde, dann hätte ich hier ja nur einen geraden Strich. Und das würde ja voll unrealistisch aussehen. Und so haben wir wirklich ein sehr realistisches Ergebnis. Ja, jetzt müsste man hier sich natürlich noch vorstellen, hier müsste jetzt theoretisch noch ein Schatten sein, nämlich ein Schatten, der von dem Korn entsprechend natürlich auf die Kugel geworfen wird. Und was wir jetzt gerade noch sehen, vollkommen unrealistisch. Das können wir natürlich noch ganz schnell ändern. Und zwar auf dem Hintergrundbild kommt die Sonne von rechts, wie wir das hier oben an dem Turm sehen können, ganz hervorragend. Und auf der Kugel kommt das Bild natürlich jetzt von links. Das können wir so natürlich nicht lassen. Jetzt möchte ich euch natürlich auch ein vernünftiges Endergebnis zeigen. Also werden wir jetzt auf diese Ebene gehen und bearbeiten. Freitransformieren, nee, nur auftransformieren und dann entsprechend auf Horizontal spiegeln gehen. Und zack. Und jetzt haben wir natürlich schon etwas realistisches Ergebnis, nämlich jetzt kommt auch hier der Turm, die Sonne von links, so wie wir das hier eben auch entsprechend haben. Ja, und ich sag mal, ja, für so eine schnelle Quick-and-Dirty-Montage sieht das gar nicht so schlecht aus. Die Kugel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu scharf geworden, die könnte man jetzt noch ein bisschen in die Unschärfe setzen, also einen Weichzeichner drüber setzen und so weiter und so fort. Da kann man noch einiges verschönern, damit das noch realistischer aussieht. Aber es sollte jetzt nur mal demonstrieren, was wir mit dem Pinsel im Endeffekt auf einer Ebene tolles Kreatives machen können und dann auf einer Maske eben entsprechend, ja, so eine schnelle Quick-and-Dirty-Montage mal eben so hinbekommen können. Okay, das wäre jetzt mal Thema des zweiten Teils zum Thema Pinsel gewesen und im dritten Teil, da möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch selber eine Pinselspitze erstellen könnt und diese auch abspeichern könnt und wie ihr euch aus dem Internet von einer Seite, ich werde jetzt mal eine Seite vorstellen, wie ihr euch da auch noch weitere Pinselspitzen herunterladen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im dritten Teil dann entsprechend wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann.